Mein Name ist Jakob Streich, ich bin 16 Jahre alt. Meine Position ist Innenverteidigung. Meine bisherigen Vereine waren Waldorf Mannheim und FC Dossenheim. Mein Vorbild ist Maldini. Welche Mannschaft spiele ich bei FIFA? Paris Saint-Germain. Meine persönlichen Ziele sind, die Spiele zu gewinnen und das Ziel mit der Mannschaft ist, so weit oben in der Tabelle zu stehen wie möglich.